Island, die größte Vulkaninsel der Welt. Knapp südlich unter dem nördlichen Polarkreis. Es ist kurz vor Weihnachten und wir besuchen die Familie von Hördur und seiner Frau Inga Roos in Reykjavik. Hördur steckt schon mitten in den Weihnachtsvorbereitungen. Mit seinen Enkeltöchtern Aurora und Björd zieht er los, um den Weihnachtsbaum zu schlagen. Untertitelung des ZDF, 2020